So, und alter, frischer, machen wir hier weiter in Leto Episode 1. Ach, kik mal an. Ich dachte, das geht nicht. Ah, das darf ich nicht. Ach, Mann, ey. So, das Ding haben wir hier. Belastend. Nochmal. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Mann, ey. Wahnsinn, Alter. Auch wieder zu. Ach, so. Mal gucken, wo wir hier sind. Wir haben keinen Schwächerpunkt mehr gesehen hier. Ich muss da hier mal irgendwo einen Schwächerpunkt geben. Da ist zu. Auch zu. Auch zu. Super. Ah, ein Hebel. Rutsch. War ja das hier vorher auch schon, ey. Ja, nicht für die Püstung. Mal gucken. Schwierig, schwierig, alter. Dass ich hier nicht verräckert bin, eher erstaunig. runter den scheiß jetzt da müssen wir doch wahrscheinlich schlau Koffer bleibt oben Rest in Peace, ey Und was hat das hier für'n Sinn? Wahrscheinlich kein Warte mal, ey, das find ich bisschen verwirrt Na, ne, bitte nicht Und das zu, ey, scheiße Ja, geh mal da lang Alter Bin ich das hier irritiert, Alter, ey Jo, der Hochrundsohn ist da oben lang gelaufen Scheiße Mh, jetzt hat er mich gesehen, ey Wann ist das eine Scheiße, ey Wann ist das eine Scheiße, ey Er darf mich nicht sehen, ey Er darf mich nicht sehen, ey Nein, ich hab's nicht mehr So, ich hab's nicht mehr Ich hab's nicht mehr Leg' den Scheiße weg mit dem schrott aber wir kommen voran auch wenn es schwierig ist besser sagt wenn es kompliziert ist kommen auch weiter 13 vor 15 briefen haben wir hiervon oder dokumente wie auch immer hat hebel wieder runter ich kann mir schon denken was führt Ihr kann es mir denken und es wird auch so sein. Den ganzen Weg nochmal zurück. Kann man nämlich schon denken, was wir brauchen. Oh ja, ich weiß, was wir brauchen. Dieser scheiß verfickte Irrgarten hier, ey. Ja, schön, wenn man hier mal was sehen könnte. Ey, hier wird so bekloppt, ey, deine Birne. Genau, so ein Teil brauchen wir. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück, ey. Aber den Weg habe ich mir nicht gemerkt, oh, oh, oh. Kein Speicherpunkt in Sicht, ey, oh mein Gott, ey. So, okay. So. 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 Ey, wirst du verrückt, ey. Ich hab mich verrufen, sag ich ja. Mann, ey, pissen, scheiß Dreck, ey. Ey, Mann, ey. Ey, ich dreh da durch hier, ey. Weiß das nicht mehr, wo lang, ey. Ey, geht auch nix hier. Mann, haben die das beschissen gemacht, ey. Ey, ich wüsste ich mir wohl lang, ey. Ey, ey. Da lang, vielleicht. Ey, ey, ey. wie geht es hier richtig ne, ich bin wieder falsch oh man, ey verstehe ich nicht ich weiß nicht, wo ich herkommen naja, geht doch also, wer hat sich dort einfallen lassen ich werde bekloppt, ey oh mein Gott, ey wo sieht das jetzt so immer noch nicht man sollte auch mal den Hebel drücken nur da ist das doch eine komplizierte komplizierte Scheiße, ey immer noch nicht, ey warum geht das nicht ja, machen wir hier erstmal Stock und sehen uns in der nächsten Runde wieder also weiter hin, bis dann dann und dann die